Sexy Aussichten bei Marie Reim Eigentlich wollte die Nachwuchssängerin mit ihrem Instagram-Beitrag ein ganz anderes Detail in den Vordergrund setzen. Die Tochter von Verdammt, ich lieb dich Interpret Matthias Reim und Sängerin Michelle verabschiedete sich von ihrer feuerroten Haarpracht und trägt nun stattdessen einen blonden Longbob. Ob unfreiwillig oder gut geplant, wird das Frisuren-Update kurzerhand zum sexy Instagram-Beitrag, mit dem Marie besonders ihren männlichen Fans ordentlich einheizt. Die Schlagersängerin zeigte sich in der Vergangenheit bereits oft von ihrer freizügigen Seite. Auf einem ihrer neuesten Schnappschüsse posiert sie nun mit prallem XXL-Dekolleté. Das tiefsitzende Corsagen-Oberteil lässt dabei besonders tief blicken. Kein Wunder also, dass Maries Fans bei dem neuen und sexy Look kaum noch aus dem Schwärmen kommen. Ich sag's ja, liebe Marie, du kannst tragen, was du möchtest, egal ob als Kleidung oder Haarfarbe und du siehst einfach immer noch so unglaublich hübsch aus, lautet nur einer von unzähligen Kommentaren an die 21-Jährige.